Die derzeitige Einsatzserie für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Aschersleben will einfach nicht enden. Auch am heutigen Freitag rückten die Einsatzkräfte bis zum Mittag bereits zu zwei Flächenbränden aus, so wie hier zum Goetheblick, wo etliche Quadratmeter Waldfläche in Brand geraten waren. Es war für die Feuerwehrleute bereits der 207. Einsatz in diesem Jahr und im Hinblick auf die hohen Temperaturen am Wochenende befürchten sie, dass sie auch in den nächsten Tagen eine ähnlich hohe Einsatzfrequenz erwarten wird. Die Waldbrandwarnstufe in der Region wurde auf vier erhöht, so dass das Betreten der Wälder nur noch auf den offiziellen Wegen erlaubt ist und wenn sich alle Besucher daran halten, wird es ja vielleicht in Sachen Einsatzzahl doch nicht ein so heißes Wochenende, wie es die Kameraden in Aschersleben befürchten.